Heute Tobias Mathe, ein junger Musiker aus Altmünster, Gmunden. Er unterrichtet dort Gitarre und Klavier. Er drückt mit seiner Gitarre besonders stimmig aus, was dieses Lied Stille Nacht ausmacht. Eine Melodie, die nicht nur schön ist, sondern auch ganz innerlich berührt. Untertitelung des ZDF, 2020 Gitarre und Klavier 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 Gitarre und Klavier